Nummer 5. Hoch aufgeweitete Kupferbratpfanne mit rohrförmigem Messinggriff. Die Pfanne hat einen Durchmesser von 28 cm und eine Höhe von etwa 8 cm. Das Ergebnis großer Handwerkskunst. Diese Kupferpfanne ist ideal zum Sortieren und Anbraten. Sie eignet sich auch sehr gut zum schnellen Garen von Fleisch, Fisch und Gemüse. Eine hervorragende Geschenkidee für Kochliebhaber. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 4. Hoch Kupferkochtopf mit Messinggriffen. Der Kochtopf hat einen Durchmesser von 20 cm. Er ist in anderen Größen erhältlich. Kupfer macht dieses Produkt faszinierend und ein Muss in ihrer Küche. Ein modernes Design mit antikem Charme, der durch das Kupfer gegeben ist. Hervorragendes Produkt zum Qualitätspreis. Originelle Geschenkidee für Liebhaber des Kochens. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3. Schöner Kupfertopf mit zwei Messinggriffen und einem Durchmesser von 28 cm. Hergestellt von italienischen Meisterhandwerkern, die es verstehen, antiken Charme durch modernes Design zu reproduzieren. Von Hand waschen und gründlich trocknen. Echtes Kupfer neigt zum Nachdunkeln. Dies ist kein Fehler, sondern eine materialeigene Eigenschaft. Im Falle von Flecken oder Oxidation wird die Verwendung von chemischen Produkten nicht empfohlen. Waschen Sie stattdessen von Hand mit nicht scheuernden Schwämmen. Hervorragendes Produkt zum Qualitätspreis. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Diese niedrige Kupferbratpfanne, signiert von Carlo Greco, hat einen Durchmesser von 28 cm und eine Tiefe von 5 cm. Die Pfanne besteht aus drei Schichten, außen aus echtem gehämmertem Kupfer. Einer mittleren Schicht aus Aluminium und einer Innenschicht aus hochwertigem Edelstahl. Die Pfanne hat einen stabilen, ergonomischen Griff aus rostfreiem, verbrühungssicherem Edelstahl. Die Kanten sind abgerundet, um das Ausgießen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Die Pfanne gehört nicht in den Backofen oder in die Spülmaschine. Ideal zum Sortieren und Anbraten, aber auch zum schnellen Garen von Fleisch, Fisch und Gemüse. Die Pfanne muss von Hand mit Essig, Zitronensaft, Salz und Wasser mit nicht scheuernden Schwämmen gereinigt werden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Kupfer eignet sich für langes und genaues Kochen. Für Backarbeiten bei präzisen Temperaturen und für Kochbegeisterte. Kochwerkzeuge aus Kupfer werden von Generation zu Generation weitergegeben. Sie sind äußerst faszinierende Töpfe. Dieser hohe Topf aus leicht gehämmertem Kupfer ist das Ergebnis von Handwerkskunst. Eine moderne Verarbeitung mit antikem Charme. Auch schön zum Ausstellen. Die Griffe sind aus Messing gefertigt und der Durchmesser beträgt 24 cm. Auch in einer kleineren Größe erhältlich. In der Beschreibung finden Sie den Amazon Link für dieses Produkt.